Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! Hey, ich bin's, Blippi! Und heute sind wir auf der Tanaka Farm in Irvine, Kalifornien. Tanaka Farm? Ja, ist eine Farm, wo ihr selbst ernten könnt. Frisches Obst und Gemüse. Yeah! Kein Supermarkt heute, denn ihr und ich sind auf der Farm. Es geht los! Hohoho! Seht mal da! Dort drüben steht ein Traktor mit zwei Wagen. Los, kommt! Hoho! Hier auf der Tanaka Farm fahrt ihr sogar Traktor auf der Tanaka Farm Traktor-Tour. Haha, ich bin so aufgeregt! Oh, hey, seht mal! Hi! Wer bist du? Ich bin Farmer Kenny. Oh, Farmer Kenny. Schön, dass du hier bist. Ich bin Blippi. Was machst du hier? Oh, ein bisschen von allem. Ich fahr den Traktor und nehm dich mit auf Tour. Wow! Wir dürfen mit auf Tour? Klar, hüpf drauf. Okay, dann los! Wow! Seht mal hier! Ich bin in einem Karottenfeld. Okay, steigen wir drüber. Seht ihr all das Grüne? Das ist das Kraut der Karotten. Das ist man nicht. Die eigentliche Karotte wächst im Boden. Deshalb nennt man sie ein Wurzelgemüse. Okay, wenn wir Karotten ernten wollen, dann müssen wir erstmal nach ihnen suchen. Also lasst uns das wegschieben. Wow! Das sind ganz viele. Genau hier. Seht ihr das Orange? Ja, das hier sind Karotten. Aber sie stecken ziemlich fest in der Erde. Also nehmen wir diese riesige Mistgabel. Wow! Sieht aus wie eine kleine Gabel, aber viel größer. Und damit lockern wir den Boden auf. Wow! Jetzt müssen wir uns eine Karotte aussuchen. Hey, dann nehme ich doch gleich die hier. Wow! Seht euch das an! Hier ist die Karotte. Wow! Yeah! Das ist cool. Ich liebe Karotten. Sie haben die Farbe Orange. Am liebsten mache ich sie in meinen Salat, in meinen Karottenkuchen oder in die Suppe. Mh, die sind so yummy. Und sie helfen euren Augen, sogar nachts alles zu sehen. Uuuh, ziemlich cool. Hey, und da fällt mir ein Tier ein, das am allerliebsten Karotten frisst. Und wisst ihr, welches Tier ich meine? Ha, lasst uns mal suchen. Oh, süßer Hase. Seht, ist ein süßer Hase. Wow, das Häschen hier heißt Andy. Oh, vielleicht will Andy meine Karotte von vorhin. Hier, bitte Andy. Ah, dann hat Andy keinen Hunger. Ist okay. Setzen wir Andy ab. Alles klar. Okay, so ist's gut, Andy. Wow, ich liebe Hasen. Ihr Fell ist so weich. Hey, das ist Peanut Butter. Und das andere hat den Namen Jelly. Oh, da ist nochmal eins. Seht sie euch an. Oh, hey, alles gut. Ist okay. Ja. Wow, diese Hühnerrasse nennt man moderne Zweikämpfer. Ja, und sie legen sogar Eier, obwohl sie so klein sind. Ja, seht es euch an. Hey, es ist so süß. Wow. Okay, setzen wir Peanut Butter wieder ab, dann kann sie ein bisschen was essen. Am liebsten Mehlwürmer. Okay, ich lass dich runter. Ho, ho, ho. Und kommt mal mit. Oh, ich will euch was zeigen. Wow. Denn hier in den Kisten, da liegen ein paar Eier. Ja, Hennen legen Eier. Wow. Wir haben ein Ei, zwei Eier, drei Eier und vier Eier. Diese beiden sind große Eier und diese beiden sind kleine Eier. Aber die beiden wurden nicht von den modernen Zweikämpfern gelegt. Diese sind zu groß für deren Hennen. Okay, wir legen die Eier mal zurück. Und gehen nochmal die Hühner besuchen. Die Hühner mögen ihren Snack. Wow, hey, wow. Seht ihr das? Das sind Karotten. Yeah. Sie haben die Farbe Orange. Ich liebe die Farbe Orange. Sie ist einer meiner beiden Lieblingsfarben. Oh, und das sind Zwiebeln. Wow, das ist eine große Zwiebel. Und seht mal diese. Das sind auch schöne Zwiebeln. Aber man nennt sie Lauchzwiebeln. Es sind beides Zwiebeln. Aber sie sehen so verschieden aus. Wow. Das ist Romana. Ich liebe Romana. Er ist so gesund. Ich mache daraus mal einen Salat. Wow. Und das ist Beete. Wow. Das ist gelbe Beete. Und das ist rote Beete. Uh, seht. Was ist das? Die sind hübsch. Das sind Radieschen. Seht ihr die Farbe? Wie eine Art pinkes Rot. Yeah. Ich liebe diese Farbe. Wow. Hey. Und Spinat. Er ist verpackt in einer Box. Einer durchsichtigen Box. Und Spinat ist grün. Es scheint so, als sei das meiste Gemüse grün. Denn seht ihr die Radieschen? Ja. Der Teil, den man isst, hat die pink-rote Farbe. Aber das hier oben, das betreibt Photosynthese. Und nährt die Radieschen. Und das hat die Farbe grün. Aber das isst man nicht mit. Wow. Grünkohl. Ihr solltet mal Grünkohl-Chips probieren. Ja. Wie normale Chips. Aber gesünder. Wow. Sind das Drumsticks? Nein. Das ist Zuckerrohr. Wow. Das ist ganz süß. Wow. Längliche Auberginen. Wow. Sie haben die Farbe Lila. Ein ziemlich dunkles Lila. Wow. So cool. Und gesund. Oh. Hier gibt es grünen Sellerie. Und hier ist Blumenkohl. Hm. Oh. Und nicht zu vergessen die gelben Zucchini. Yeah. Wow. Und es gibt hier auch noch grüne Paprika. Ja. Gleich neben der roten Paprika. Seht's euch an. Yeah. Rot. Grün. Rot. Grün. Wir legen sie zurück. Einfach da hin. Und dann zu guter Letzt gibt's auch Maiskolben. Ich liebe Mais. Okay, Blippi. Wir sind da. Yeah. Ich bin so aufgeregt. Wow. Ich frag mich, was hier auf den Feldern wächst. Na gut. Mal sehen. Okay. Wir gehen gleich hier rechts ins Feld. Okay. Du meinst hier? Alles klar. Wow. Was wächst hier? Das sind Wassermelonen. Wassermelonen. Wow. Sieht aus, als gäbe es zwei unterschiedliche Sorten. Ja, diese kleinen, runden, das sind gelbe Wassermelonen. Okay. Diese großen, länglichen, das sind rote Wassermelonen. Wow. Können wir welche pflücken? Ja. Mal sehen, welche reif sind. Okay. Wie wär's mit dieser gelben hier. Genau da in der Mitte. Diese? Ja. Okay. Wie macht man das? Einfach nehmen. Sie geht sofort ab. Okay, da ist sie schon. Wenn sie reif ist, geht sie gleich ab. Wow. Seht sie euch an. Diese Wassermelone ist ein Kreis. Oder eine Kugel. Okay. Okay, weiter geht's. Okay, dann sehen wir mal, ob wir eine rote finden. Wow, das ist eine große Wassermelone. Wow. Und welche Form hat die? Sieht wie eine Kugel aus. Ja, wie eine artlängliche Kugel. Aha. Oder eine ovale. Okay. Und nun, können wir sie hier hinlegen? Ja, klar. Okay. Wow. Die sehen so lecker aus. Okay. Alles klar. Also, das hier ist eine normale Wassermelone. Und wir wissen, welche Farbe sie innen hat. Aber wir sollten sie aufschneiden und nachsehen. Um zu sehen, ob wir richtig liegen. Wow. Yeah. Außen natürlich grün. Und innen ist sie rot. Wie erwartet. Wow. Seht ihr die Kerne? Sie hat schwarze Kerne und weiße Kerne. Wow. Okay. Diese Wassermelone sieht etwas anders aus. Wo ist der Unterschied zwischen ihnen? Diese hat gelbes Fruchtfleisch. Oh, das macht Sinn. Ja, man nennt sie auch gelbe Wassermelone. Können wir sie aufmachen? Wir schneiden sie auf und sehen nach. Wenn sie schön reif sind, dann platzen sie gleich auf. Yeah. Wow. Wow. So eine Wassermelone sehe ich zum ersten Mal. Seht, sie hat die Farbe gelb. Wow. Okay, wir vergleichen mal die beiden. Gelb, rot. Gelb, rot. Beide sind lecker. Wow. Ich werde mal kosten. Mmh. Mmh. Ganz süß. Ich liebe den Geschmack von gelben Wassermelonen. Mmh. Mmh. Hast du eine Lieblingssorte bei Wassermelonen? Ich mag die gelben lieber. Mmh. Sie schmecken ein bisschen anders, aber sind wirklich gut. Mmh. Ja, das muss man sagen. Sie ist wirklich gut. Mmh. Wollt ihr auch? Mmh. Uh. Erdbeeren. Uh. Mmh. 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 Erdbeeren sind so lecker. Lasst uns noch mal welche abpflücken. Okay. Okay. Seht ihr meinen Behälter? Ich nenne ihn Klappmuschelbehälter. Yeah. Wisst ihr, was eine Muschel ist? Ja. Muscheln sind Schalentiere. Und sie sehen so aus. Hi, hi, hi. Okay. Wir pflücken 20 Erdbeeren. Wow. Das sind viele Erdbeeren. Okay. Bereit? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Mmh. Sechs. Sieben. Wow. Acht. Hm. Neun. Zehn. Erdbeeren. Okay. Die Hälfte haben wir jetzt. Elf. Zwölf. Minus eins. Wieder elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Gleich geschafft. Achtzehn. Neunzehn. Eine noch. Zwanzig. Zwanzig Erdbeeren in unserem Klappmuschelbehälter. Coole Sache. Juhu. Juhu. Doch was für Pflanzen sind das? Ich habe sie noch nie gesehen. Wow. Kaum zu glauben. Sie sind so hoch. Eigentlich wie Maispflanzen. Aber ich weiß, es ist kein Mais. Wow. Wow. Fast erwischt. Wir bremsen. Okay, Blippi. Das hier ist das Zuckerrohrfeld. Zuckerrohrfeld? Habt ihr das gehört? Oh. Ja klar. Das muss es sein. Zuckerrohr. Wow. Alles klar. Okay. Farmer Kenny. Ja. Was machen wir nun? Wir werden etwas Zuckerrohr schneiden. Okay. Wow. Hey, das ist Zuckerrohr. Da sieht er ein schönes Stück aus. Wow. Wow. Das ist ein scharfes Messer. Er hat es abgehackt. Und wozu verwendet man Zuckerrohr? Man kann einfach daran lutschen. Man kann es auch auspressen und Saft daraus machen. Damit kochen. Uh. Wird daraus auch Zucker gemacht? Ja. Wow. Zuckerrohr bringt Zucker. Wow. Okay. Wow. Seht euch das an? Also normalerweise schneidet man einfach die Haut ab und kaut auf dem Inneren herum. Wow. Also darauf kann man jetzt herumkauen? Ja. Okay. Ja. Wow. Immer wenn ihr Messer benutzt, seid sehr vorsichtig. Richtig, liebe Eltern? Und nur Erwachsene sollten Messer benutzen? Ja. Wow. Okay. Das ist ja super. Du kannst auf dem Ende kauen. Okay. Versuchen wir es. Ich liebe Zuckerrohr. Wow. Seht mal da. Wow. Das ist eine mega große Pflanze. Und tatsächlich eine Blume. Das ist eine Riesenblume. Und die Blume, die nennt man Sonnenblume. Wow. Wow. Wisst ihr, wieso sie Sonnenblume genannt wird? Ja. Denn sie sieht aus wie die Sonne. Wow. Wow. Und Sonnenblumen produzieren Kerne. Lecker. Hm. 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 Lecker. Kerne sind sehr gesund. Hahaha. Nun, es hat mir so viel Spaß gemacht, etwas über Obst, Gemüse und Kerne zu lernen. Auf der Tanaka Farm in Irvine, Kalifornien. Und das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingibt. Buchstabiert ihr mal einen Namen mit mir. Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay. Bis demnächst. Bye, bye. Blippi. Los, kommt alle her. Lernen ist nicht schwer. Blippi. Blippi. Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi.